Mach mit beim großen Kinderfotowettbewerb 2017. Du wirst tolle Preise gewinnen können und vor allem, was noch viel wichtiger ist, sehr, sehr viel lernen können. Ich habe eine eigene Facebook-Gruppe wieder eingerichtet, in der wir Bilder austauschen können, wo ich wieder live Tipps geben werde, auch zu deinen eingesandten Bildern. Ich weiß aus meinem Online-Fotokurs, dass es sehr, sehr wertvoll ist, für die Teilnehmer einfach Feedback von mir zu bekommen über ihre eigenen Bilder. Ja, wir haben diesmal ein sehr spannendes Thema, denn ich habe diesmal meine Fans gefragt, welches Thema wir diesmal für den Fotowettbewerb nehmen wollen. Und du siehst, es ist etwas sehr, sehr Spannendes rauszukommen, nämlich Kinder entdecken die Natur. Ja, und da ist es auch wichtig zu wissen, wie man einfach an diese Story auch herangeht, denn es geht wieder darum, eine kleine Bildercollage zu erstellen mit circa zwei bis sechs Bildern. Du brauchst eigentlich nur eine Spiegelreflexkamera, eine Systemkamera oder eine Bridgekamera und ja, idealerweise ein Kind oder leichte ein Kind sozusagen, damit du eine kleine Geschichte mit verschiedenen Perspektiven erzählen kannst. Und wie du da am besten rangehst und wie du am besten auch Inspirationen bekommst, dazu werde ich, wie gesagt, einige Live-Webinare in dem sechswöchigen Zeitraum des Wettbewerbs machen. Also melde dich einfach zu unserer kostenfreien Facebook-Gruppe an und zu dem Video hier findest du auch noch einen Link, in dem ich auch mal die ganzen Teilnahmebedingungen beschreibe. Wie gesagt, das Wichtigste ist mir, dass du viel lernen kannst. Es geht nicht darum, einfach nur schnell eine Collage abzuliefern und den Preis einzusacken, sondern viel wichtiger ist die Interaktion mit anderen Teilnehmern. Es sind schon über 100 Teilnehmer jetzt in der Gruppe, also melde dich auch an und wir sehen uns gleich in der Gruppe wieder. Bis dann!